Musik Hallo zusammen, ich zeige euch heute eine einzigartige Maisonette-Wohnung im grünen Mariental. Die Wohnung liegt in einer ruhigen Anwohnerstraße und wir befinden uns gerade im dazugehörigen, prachtvollen Garten. Mariental ist ein sehr beliebter Stadtteil im Hamburger Osten. Wir sind super naturnah und trotzdem richtig gut angebunden. Zahlreiche Restaurants und Cafés befinden sich im Wandsbürger Stadtkern. Die Kitas und Schulen sind direkt ums Eck. Herzlich willkommen auf knapp 170 Quadratmeter Wohnfläche. Musik Wir haben insgesamt vier Zimmer, verteilt auf zwei Etagen. Musik Mit dieser einzigartigen Galerieebene. Hier befinden wir uns im Herzstück der Wohnung, dem offenen Wohn-Ess-Bereich. Musik Von hier aus habt ihr einen tollen Blick in die Natur und durch die Südausrichtung habt ihr einen wunderschönen Sonneneinfall. Musik Am Ende des Tages könnt ihr lauschige Kaminabende genießen. Musik Eines der Highlights dieser Wohnung ist dieser stilvolle Essbereich mit den großen Fensterelementen, die ein naturnahes Wohngefühl vermitteln. Musik Musik Wir haben eine offene Wohnküche mit hochwertigen Elektrogeräten von Siemens und Bosch. Und von hier haben sie wirklich alles im Blick. Musik Auf dieser Ebene haben wir noch dieses große Schlafzimmer mit praktischen Einbauschränken, Zugang zur Terrasse und zum Balkon. Und durch die Nordausrichtung bleibt es hier gerade im Sommer angenehm kühl. Musik Zusätzlich haben wir noch diese Wellness-Oase mit einer großen Eckbadewanne und einer Dusche mit Massagefunktion. Hier kann man es sich richtig gut gehen lassen. Musik 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 Schaut euch diese schöne Galerie-Ebene an. Ihr könnt ins Wohnzimmer schauen, in den Garten und ein Gefühl von Enge kommt hier auf jeden Fall nicht auf. Musik Einer der beiden Räume im Obergeschoss wird aktuell als Arbeitszimmer genutzt. Er besticht durch sein wunderschönes Rundfenster und durch den Blick ins Esszimmer. Musik Musik Das zweite der oberen Zimmer ist ein Schlafzimmer, wieder mit praktischem Einbauschrank, charmantem Rundfenster und einem angenehmen Raumklima. Musik Abgerundet wird die Ebene mit diesem Duschbad und für das Tageslicht sorgt das Dachfenster. Musik Ein weiteres Highlight ist diese wunderschöne Terrasse mit Südausrichtung und Blick in den Garten und und in die Natur. Musik Und stellt euch vor, ihr sitzt hier, genießt ein gemütliches Frühstück oder ein leckeres Getränk am Abend. Falls ihr noch Fragen zu dieser wunderschönen Wohnung habt, einen Besichtigungstermin haben wollt oder eure Immobilie verkaufen möchtet, dann meldet euch gern. Ich freue mich. Musik 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 Vielen Dank.